. . . Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder Wecktas? Fiss! Fiss! Und bei unglaublich tollen Gästen zu meiner linken Seite, Sascha! Sascha! Und zu meiner rechten Seite, Jakku! Ja! Der ist auch mit dabei, Tzüüüüü! Und ich bin natürlich auch wieder mit am Start und werde mitquizzen. Rank uns mal ganz kurz, uns alle am Tisch, mal nach Intelligenz. Sieben. Drei. Und du, dich selber? Fünf. Los geht's! Ach, das war das Intro. Boah, ich lieg schon so weit zurück. Katar. Ja, letztes Jahr, geiles Ding. Fünf. Was ergibt 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 minus eins? 99. Stark! Welche Stadt gilt als das weltweite Zentrum für Diamanten? Antwerpen oder Bottrop? Antwerpen. Welcher märchenhafte Held aus Tausend und einer Nacht findet eine magische Wunderlampe? Aladdin! Aus welchem Kartenspiel kennt man Royal Flush, Full House und Drilling? Poker. Das Spiel Schere, Stein, Papier kennen viele auch als Schnick, Schnack? Schnuck! Gütige Fragen! Welche Figur aus der Sesamstraße besitzt ein blaues Fell? Elmo, Kermit oder das Krümelmonster? Krümelmonster. Wann begann der Bau des Pariser Eiffelturms? 1887 oder 1787? 1887. Ah, hey, intelligento! Wie heißt der beliebte Blechkuchen, der mit einer Vanillecreme gefüllt ist? Bienenstich oder Zeckenbiss? Bienenstich? Zurück zur WM in Katar. Welche Mannschaft schied als erste in der Vorrunde aus? Kanada? Uuuuhh, nicht richtig. Katar. Für alle zur Info, ich blute stark am kleinen Finger ab, wenn ich ab und zu mal meinen Finger lutsche. Ist der Bescheid? Ey, diese Kameraperspektive ist ganz ungünstig für mich auch, ne? Mit der GoPro. Das ist absolut nicht so gewählt, mich zu verunsichern. Und der Soundeffekt beim Prinken, der wird im Nachhinein entweder geflückt? Ja, nee, mach ... Kann ich manchmal auch. Ja, mach nicht. Das ist wie so ein Song. Jako, du bist 26 und du kommst aus Rüsselsheim. Erst mal dafür einen Riesenapplaus. Danke. Dicht und Doof, das Promillepop-Duo, hat ja damals den Song das Rüsselschwein auf den Markt geschmissen und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wien das Spüren in Rüsselsheim vorbei oder gab's einige Touristen, die dann die Stadt aufgesucht haben? Hab ich nichts von mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja! Stimmt, klar! Stimmt! Du bist Polizist, deswegen erst mal ... Ich habe keine Drogen, hier kannst bitte gerne nachschauen. Sascha hingegen ... Ich hab alles dabei. ... hat wahrscheinlich feinstes Kokain mit dabei. Das Besteck hast du auch, das fixe Besteck, hast du in der Garderobe gelassen. Alles dabei. Feinste Körnung, ganz soft, da kommen wir nur auf Gegend raus. Wir von uns drei können es am einfachsten überwältigen. Bei euch beiden wär's schwierig, weil ich euch differenzier, also auseinanderhalten musste. Ja, ja, ja. Wir haben uns aufs Kreuz gelegt! Äh, aber hast du schön umschrieben. Hat er wirklich ... Ach, bist du ganz klar! Ah! Ah! Ah, Mann! Prinz Simon! Hä? Er oder er? Schon mal Kontakt mit der Polizei gehabt? Ja. Und, was war auch passiert? Ich hab mal nass. Dann bin ich tagsüber auf der Autobahn angehalten worden. Du bist zu schlecht! Tauze, ihr fallet bei, die Kinder in Gefahr gebracht! Okay. So. Das ist der aktuelle Status. Ich möchte gerne Anzeige erstatten. Klären wir dann im Nachgang. Geht sogar! Klären wir im Nachgang. Und wie endete das Vorrundenspiel Deutschland gegen Spanien? Äh, 1-1. Ist schon lange her. Dubai. Oh, nee! Wow! Wow! Wow, 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 wow! Ich möcht's von meinem Bruder wissen. Katar ist die Hauptstadt, ganz klar. So. Von Katar ist der Hauptstadt ganz gleich, wenn ich geantwortet. So hart, klar. Was hast du denn da in der Seitentasche? Meine Moderationskarte. Ach so. Die Effekte machen wir immer direkt hier. Boing! Sascha, du bist, äh, Internet-Comedian? Webster. Und du warst natürlich im letzten Jahr auch bei der großen Tefa-Total-Wok-WM mit dabei. Ja. Hat Stefan dich persönlich angerufen? Schau mal, Jungs, es ist wie folgt. Ich würd übel gern mitspielen und so tun, als ob ich's nicht schon mal erzählt hätte. Wir haben aber vor fünf Minuten erkennst du den Song. Okay. Hast du schon mal mit Stefan Raab telefoniert? Nee. Ey, gutes Gespräch. Hit you with the blink. Hit you with the trick. Oh, wie ich das hasse, du! Moderationsgott, Benni Wolter. Das ist nicht vergeben. Eros! Ah! Scheiße! Eros Ramazzotti! Ey, ich kenn nur von Kollegen, das ist Eros-Centon. Jetzt weiß ich, was Eros heißt. Ja! Boah, das riecht fürchterlich. Achtung! Trinken! Verdauen! Akzeptieren! Ich akzeptier's. Damit umgehen. Aber auch nur, weil noch Zitrone oder so mit drin ist. Das andere schmeckt wie nach Mittagessen bei Oma. Eher weniger. Nee, gar nicht. Wie hält man sich fit? Als Bulle! Sport machen, Polizei-Lokus schauen. Oh, ja. Wie dann bist du schon Polizist? Wie dann bist du im Dienst? Ich hab 2016 angefangen, hab 2019 meine Ausbildung beendet. Und jetzt seit knapp vier Jahren. Du darfst eine Waffe tragen? Das ist korrekt. Es gibt Polizisten ohne Waffe. Kontrolleure zum Beispiel. Die tun nämlich so, als wenn sie Polizisten sind. Aber er ist ja Polizist und kein Kontrolleur. Ja. Vergleichst du gerade Polizisten mit Kontrolleuren? Es gibt Kontrolleure, die tun so, als wenn die deine Initialen oder Indizien aufnehmen können. Du meinst wahrscheinlich ... Wann bist du das letzte Mal Bahn gefahren? Ich fahr jeden Tag leider Bahn. Stimmt das? Stimmt das? Ah, okay. Ich find's so geil, wie ihr unter anderem über Jokes immer lacht. Ja, das steht im Vertrag. Von wem wird in Deutschland der Bundespräsident gewählt? Vom Bundestag oder der Bundesversammlung? Der Bundestag! Äh! Jaaaa! Das weiß ich! Das weiß ich! Direkt neuer Schwarzspiel weiter. Mein Gott, Dennis! Und das muss man wissen. Ich muss nicht wissen, was die Hauptstadt von Katar ist. Weil ich lebe hier. Das ist Allgemeinbild. Das hat ein Nachspiel. Du hättest es nicht mehr ansatzweise gewusst. Und das klären wir im Nachgang. Asien. Afrika! Jaaaa! Du sollst Sylt sagen. Oh jaaaa! Boah! Jako, du hast ja natürlich auch ein paar Hobbys als Polizist. Du bist ja auch Mensch. Ja. Unter anderem Fußball. Welche Position bekleidest du? Auf der Bank, links außen. Ja? Beste Position, hab ich auch mal gewesen. Schön warm gesessen. Tastisch Abwehrspieler, Außenverteidiger. Ben ist auch gewesen. Auch Nummer drei. Lange Wege gemacht. Hier an der Stelle grüße ich an den SV Nauheim. SV Nauheim! Riesen Applaus! Spielst du auch Fusi? Nee. Bist du am Zocken, ziehst du Karten und ziehst dann Messi und freust dich drüber? Machst du ein Juni-O am Tischtennisblatt, am Zocken, Alter? Hast du ein gutes Blatt? Machst du, tust du Würfeln gerne? Ja, ne? Spielst du gern Mikado, ohne Mikado-Stäbchen? Ja, machst du gern Judo und lässt dich schön mit O-Goshi auf den Boden knallen? Bist du Junior-Nugeln gerne? Ich könnte dich fixieren mit O-Goshi und den Keza-Gatame. Ich verrate dich, meinen Bruder nicht anzufassen. Wäre tierisch gefährlich. Das drehen wir heute noch im Format, da kann ich da nachgehen. Aber gutes Gespräch wieder. Robert Koch. Dafür lacht der Schabbel natürlich herzlich. Diese Frage wurde Ihnen präsentiert von Felix Schabberhardt. Tulpen. Tulpen. Uff! Du bist ja schlau, wallah! Kardinäle! Jau! Äh, Amadeus Mozart. Ja, ist richtig. Was ist die häufigste Amtssprache in südamerikanischen Ländern? Spanisch. Was? Ja, natürlich. Hier lernt man was. In welcher Stadt befindet sich der Rote Platz? Mailand. Moskau. Jungs, das ist mein ... Zweiter. Ja, du hast doch noch einen. Vor dir. Tisch und klack und weg. Hit you with the blink. Hit you with the trick. Jaku, du zockst auch gerne. Ihr seid beide Zocker. So, was zockst du denn gerne? Ja, aktuell. Logischerweise COD. Und du, lootest du noch? Oder zockst du so? Ich loote nicht, leider. Lootest du nur Geld wahrscheinlich? Das müsst ihr doch besser wissen. Weil ... Wir zocken ab. Ach so. Wir zocken den Staat ab. Die Bürger. Wie hieß der erste Match auf dem Mond? Neil Armstrong. Boom! Laut den Massenmedien. Es gibt nämlich noch einen, der vorher da war. Der wurde nämlich nie kommuniziert. Nee, die ganze Mondlande sind gefangen. Das mein ich nicht. Es war vor ihm noch jemand auf dem Mond. Wer denn? Elvis Presley. Nein, nein, nein. Da steht das W in der Abkürzung WLAN. Wireless. Ah! Wie nennt man einen dreidimensionalen Körper, welcher sechs gleich große, quadratische Seitenflächen hat? Würfel. Woi! Bei welcher Fußballmannschaft spielen aktuell Rodrigo, Nacho und Luka Modric? Kroatien. Hihi! Fein! Ach, nicht Nation, sondern ... Real Madrid. Real Madrid! Du bist raus! Du bist raus! Verdammt. Ey, was soll ich sagen? Kipp rein! Ey, cheers an alle. Ich dachte so ... Egal. Aber warum auch bei mir ausrecht die Fußballfrage? Ja, danke, Jungs. Das war ein Fest. Das war ein Fest. Ja, okay, mit Schnippsen. Are you the same? Are you the same? Are you the same? Are you the same? If I saw you in heaven? If I saw you in heaven? Ey, Jungs, wirklich. Hit you with the blink. Hit you with the trick. Also, ich hab noch was für dich. Genau. Einfach mal kurz rausholen. Ein Geschenk für mich. Das ist nämlich im letzten Jahr beim Abschmücken übrig gelieb. Und das kannst du mit nach Hause nehmen. Boah, dankeschön. Ey, macht ja wirklich alles dafür, damit es so aussieht, als auf so einem Schweinaufbau. Äh, Weihaufbau. Brauchen wir jetzt nicht mehr, der Frühling kommt. Tschüss! Ey, gut kick in die Runde. Gegen welche Mannschaft spielt Real Madrid im klassischen Stadtderby? Atletico. Aus welcher Stadt kommt der Fußballklub FC Schalke 04? Gelsenkirschen. So nügt mir nicht raus. Heißt es der, die oder das Toast? Das Toast. Das Toastbrot ist also nicht ... Oh, ey, Achtung! Jo, runter, damit direkt der Nächste. Hopp, 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 hopp! Heißt es der, die oder das Pin? Der Pin. Ich weiß, Pin ist. Die Pin-Nummer, die du mal besoffen falsch eingehst. Wenn man den Fehler macht in dieser Show, zu oft sind, dann zu gewinnen, wird redaktionell daran gearbeitet ... Man kann nicht mehr tun, als einfach Mess zu geben. Und, ähm, hat nicht gereicht. Jo! Na gut, liebe Freunde, ich bin mal wieder draußen. Und ich bin froh, dass ich bei so einer Frage scheitere, denn hätt ich jetzt zufälligerweise richtig gelegen, hätt ich wahrscheinlich in der nächsten Fall den Body-Mass-Index von Rüdi Völler ausrechnen müssen. Deswegen, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich geb ihm mal weiter alles. Und damit stehen Jaku und ich im großen Finale endlich mal wieder der wirklich waftige König. Und wir spielen entweder ... oder ... Bevor wir starten, Sascha, ich hab noch eine Frage an Jaku, die kannst du ihm gern stellen unten, die gelb unterlegte. Ja. Und dann, dass du mal so ein bisschen zeigst, äh, was du ... was dein Horizont so alles zu bieten hat. Okay, Jaku, du warst schon mal in einem Club in Darmstadt und hattest da ein Dance-Battle mit Oleg Sash. Hey! Du durftest kein Foto mit ihm posten? Ah! Korrekt, äh, nach dem Dance-Battle haben wir tatsächlich ein Foto zusammen gemacht. Aber er hat mir den Hinweis gegeben, bitte nichts öffentlich zu posten, weil seine damalige Freundin, schon neun Jahre her, nicht wusste das sein Club. Ah! Es ist neun Jahre her? Ja. Aber wer hat denn den Dance-Battle gewonnen? Ja, das bleibt zwischen uns beiden. Ah! Hit you with the blink! Hit you with the trick! Ich habe mehr oder weniger als eine Million Abonnenten auf YouTube. Stand 28.11.22. Dagi Bee. Mehr. Kommander Krieger, der Taucher von YouTube. Ah, weniger. Leider. Paluten. Weniger. Ah! Oh, da kommt die Katze von an sich! Ah! Paluten ist auch extrem-fame. Palle. Palle! Der hat doch die meisten Aufrufe sogar in ganz Deutschland. Der Palle ist echt Hammer. Wow, 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 wow! Hast du auch einen Taser? Nee, ist in der Erprobung noch. Aber in Düsseldorf hat er schon mal einen Einsatz. Kann ich eine andere Frage zum Polizeidasein stellen? Du darfst die Leute in den Kopf stellen? Das ist das, was die Menschen interessiert! Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was ist denn dein Alltag als Polizeist? Bist du auf der Streife oder was machst du? Ähm, ich bin bei einer Art Bundesbereitschaftspolizei. Das heißt, wir decken relativ viele Aufgabenbereiche ab. Großveranstaltungen, Demonstrationen, aber auch ... Wenn der Sascha ein Fantreffen macht, bist du da zu finden. Das ist cool. Man legt den ganzen Kölner Domlarm! Ey! Gibt's viele Mädels bei der Polizei oder eher, gibt's noch zu wenig? Ehrlich gesagt noch zu wenig, ja. Mädels, habt ihr Bock auf Polizeisein? Dann bewerbt euch bei eurer Polizeistelle. Isar, auch gern, wenn du mal was Richtiges machen willst, einen richtigen Job, dann gern mal zur Polizei gehen. Handstellen kannst du mit nach Hause nehmen. Kannst du den festmachen. Ja, genau, da bist du Oliver! Und dann geht ... Hit you with the blink. Hit you with the trick. In diesem Film hat Scarlett Johansson mitgemacht. Tschüss. Korrekt. Nicht korrekt. Korrekt. Nicht korrekt. 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 Oh! Mein Geschenk! Du hast mein Geschenk kaputt gemacht. Nein! Nein! Naja, weiter geht's. Nicht korrekt. Na klar! Warum? Hat sie eine Stimme gehabt, oder was? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Das ist aber dann fies gewesen, die Frage. Ja, wie deine Kommentare ist. Aber warte mal, du hast gedacht, du gewinnst heute. Ja. War auch der Plan. Und damit mit Jako, korrekt oder weg? Ja! Ja! Voll die Tischplatte. Und nimm dir die Hand und wechseln die Höhe. Ja! Katars Goldmünze, genau! Mach du die Endcard, unten. So, Freunde, wer jetzt immer noch nicht, warum auch immer, genug hat von den Zwillingen, kann jetzt oben anschauen, die Cringe-Challenge. Wer muss den pürierten Döner mit Eiweißpulver trinken? Von Parsha. Funk, 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 Funk! Ach so, doch nicht von denen. Dann könnt ihr draufklicken. Und unten haben wir die, ah, da würd ich vorsichtig sein, die letzte Folge von ... Korrekt oder weg, das ... Grüß! Mit Fisch! Tschö!